Wir rechnen mal wieder eine Klausuraufgabe. Du hast Steckwürfel in vier Farben, nämlich rot, grün, blau und orange. Steckwürfel in vier Farben. Wie kann jemand mit Rot-Grün-Schwäche diese Aufgabe lösen? Ah ja, man kann natürlich auch R, G, B und O schreiben oder so. Ja, machen wir vielleicht das. Das ist vielleicht einfacher. Geht schneller, als wahrscheinlich die Farben zu wechseln. Also wir haben vier Farben. Rot, grün, blau und orange. Okay. Die Lösung ist rosa. 2024, genau. Ihr müsst unbedingt, rosa muss sein. Okay. Oriloche. Was sind denn Steckwürfel? Da versteht man das als Mathe-Effiziete, vielleicht auch von schlechten Deutschkenntnissen kommen. Also Steckwürfel kennen meine Studis, weil sie Grundschullehramt studieren. Und Steckwürfel sind so kleine Würfel, die man aufeinanderstecken kann. Und das ist ein Arbeitsmittel, das in der Schule oft eingesetzt wird. Insofern ist es bekannt gewesen in diesem Zusammenhang. Also es ist jetzt nicht, dass das irgendwie überraschend wäre. Klemmbausteine, ja, die sind so ähnlich. Ne, die Steckwürfel haben tatsächlich nur so ein Steckknödel obendrauf. Und dann baut man diese aufeinander. Die gibt es auch in verschiedenen Farben und so. Also es ist nicht unrealistisch. Das ist eine typische Aufgabe, die man im Grundschulbereich auch macht. Genau. Okay. Was nennt es die Aufgabe? Die Aufgabe ist, wie viele Möglichkeiten gibt es, also wir bauen mit drei Stockwerken, immer drei Stockwerke, ja, drei Stockwerke. Wie viele Möglichkeiten gibt es, wenn die Reihenfolge relevant ist und du Farben auch mehrfach verwenden kannst? Also die Reihenfolge ist relevant und man kann Farben auch mehrfach verwenden. Genau, Valencia, da muss man ein bisschen aufpassen. Nein, ich meinte wirklich keine Klemmbausteine, sondern Steckwürfel. Genau. So. Okay. Also wie viele Möglichkeiten gibt es? Kriegt man das raus? Also klar, für den ersten Steckwürfel, für den untersten, wie viele Möglichkeiten hat man da? Vier. Malen wir einen Baum hin, ne? Für den untersten Steckwürfel hat man vier Möglichkeiten, nämlich R, G, B, O. Und ich habe den Studisier mal gesagt, ihr müsst nicht den ganzen Baum hinmalen, ihr könnt es auch andeuten, damit ihr seht, worauf es hinausläuft, ne? Für die... Ah ja, genau, also die Reihenfolge ist relevant und es dürfen Steine mehrfach vorkommen. Für den zweiten Steckwürfel, Farben dürfen mehrfach vorkommen, habe ich auch vier Möglichkeiten. Und für den dritten Steckwürfel habe ich auch vier Möglichkeiten. Also hat vorhin schon mal jemand die Lösung gepostet. Vier hoch drei. Genau. So, die nächste Aufgabe, selbes Spiel. Die Reihenfolge ist relevant, nur Farben dürfen nicht mehrfach vorkommen. Was macht man da? Also der unterste Würfel, hier wieder vier Möglichkeiten. Hoppala. Genau, und jetzt kommt schon die Lösung im Chat. Vier mal drei mal zwei. Bei jeder Entscheidung ist eine Farbe vergeben, richtig, genau. Vier mal drei mal zwei ist 24. Okay, sehr gut. Und jetzt kommt die schwierigste der Aufgaben, nämlich die Reihenfolge ist irrelevant und jede Farbe darf höchstens einmal verwendet werden. Die Reihenfolge ist irrelevant und jede Farbe darf höchstens einmal verwendet werden. Also jede Farbe darf höchstens einmal verwendet werden, hatten wir hier schon. Aber jetzt ist die Reihenfolge irrelevant. Hier ist die Reihenfolge noch relevant. Das heißt, ich habe hier oben einige Lösungen, die ich separat zähle, die jetzt in der neuen Fassung als eine Lösung gezählt werden, weil die Reihenfolge irrelevant ist. Also wenn ich jetzt hier oben beispielsweise R, G und B habe, dann wird das ja separat gezählt zu G, R, B und G, B, R und B, R, G und so weiter und so weiter. Also, wenn ich die drei gleichen Steine habe, drei gleiche Steine, wie oft gibt es die hier oben in unterschiedlichen Reihenfolgen drin? Genau, Admiral. Drei Fakultäten mal, ne? Wenn ich drei Steine habe, die kann ich auf drei mal zwei mal eins weisen, anordnen, nämlich auf sechs. Das heißt, jede Lösung da oben wird sechsfach gezählt. Das heißt, ich muss 24 durch sechs teilen und komme auf vier um, ja. Vier ist die Anzahl der Möglichkeiten eben, genau, wenn die Reihenfolge irrelevant ist und ich Farben nicht mehr verwenden darf. Admiral hat gleich am Anfang schön geschrieben, man hat vier Möglichkeiten, eine Farbe wegzulassen. Genau, das ist die Lösung. Man hat vier Möglichkeiten, eine Farbe wegzulassen. Und wenn man das wirklich formal korrekt machen will, dann rechnet man vier über drei. Ja, vier über drei. Wie viele Möglichkeiten gibt es, drei aus vier auszuwählen? Das ist das Gleiche wie vier über eins. Deswegen hat Admiral Wurst erkannt, na, ich muss einfach nur vier über eins rechnen, wie oft, welche Möglichkeiten habe ich, eine Farbe wegzulassen? Wenn ich vier über drei ausrechnen will, dann habe ich ja vier mal drei mal zwei durch drei mal zwei mal eins und das ist gleich vierundzwanzig Sechstel, also vier, das, was oben auch rauskommt. Genau. Okay. Ja. Ich habe diffuset, die Gala des systems entreprises, weil wir uns noch nicht mehr nutzen. Vielen Dank.